Hallo ihr Lieben, nächster Trailer am Laufen, 12.03.2024. Ja, ist auch wieder lange geworden, ist auch wieder viel dabei. Das ist jetzt aber hier der absolute Hammer, ein in meinen Augen Skandalurteil. Ich habe das jetzt hier von Ansage runtergezogen, aber ich glaube der Artikel kam in der jungen Freiheit. Da ist es noch ein bisschen ausführlicher, ja, richtig, da ist es noch ein bisschen ausführlicher vom einsamen Wanderer. Es ist absolut, absoluter Wahnsinn. Könnt ihr dann wieder schauen bei VK mit Shoot Odyssey, getrailert bei Rumble und dreimal YouTube. Dann vielleicht bis gleich, macht's gut, tschüss.